okay ich weiß nicht ob er ah okay warte 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 oh god oh god heißt ja okay holy moly oh god okay ich muss mich wohl beeilen ey was aber aber ich schieße rüber bruder okay oh god oh god nicht schon wieder sowas ich glaub's oh god wohin ah runter ah jetzt ja das ist nichts im Gegensatz zum Wasserfall ist sie ich kann nicht mal speichern oder konnte ich speichern also ich kann nicht speichern natürlich das wird mal wieder was soll das ist schlimmer als der Wasserfall ich nehme alles zurück aua aua geh hin ich nehme Ahem! Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, das Ding kommt doch irgendwie wieder runter, oder nicht? Zwischwahr aufschneiden, oder? Ah, ich muss nach links. Fuck, Mann. Hierher. Aber, ich war auf mein Kopf. Mongo, Alter. Nein! Kuck, Rasta! Ah! Was ist das? Ich wünsche ich könnte hier speichern. Oh, ich habe es geschafft, oder? Lass mich speichern. Lass mich speichern. Und go. Speichern. Kuro's Nest. Ich kann nicht mal auf die Karte gucken, oder? Nein. Ich kann nicht speichern. Oh, wer ist das? Schnei von diesem fetten... Fetten Dings. Fetten... Fetten Vogel. Von Kuro. Wie süß. Der ist anscheinend gar nicht so böse wahrscheinlich, oder? Oh. Guck mal, die Augen, Alter. Meinst du? Alter, das sieht so brachial aus. Die Angst haben. Oh, nein. Nein. Ja, kommt schon. Nein, Alter. Nein. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich dachte vielleicht gar nicht im Blendenz. Oh, komm, schau, geht rein. Ich muss, glaube ich, ins Wasser. Bin mir aber nicht sicher. Jetzt, äh, will ich mich verarschen? Kann ich mal ins Wasser rein? Okay. Ich bin in einem Safe-Bereich, Bruder, speichere jetzt. Weck mich. Okay. Dafür war auch dieser Baum jetzt, der Settel. Das kapierst du auch, wenigstens. Ah. Okay. Du, kommst du mal her? Ich bin in einem Scheren. Das ist so klein. Das ist so klein. Das ist so klein. Was ist das? Hm, ich kann auch nicht speichern. Okay, ich kann auch nicht speichern. Ich hab ne Idee. Ich hatte eine Idee. Okay. Kann ich hier drunter? Nein. Hm. Ich kann echt nichts speichern. Okay, hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Ich dachte, ich nehme die Kugel da mit und tue mich nach vorne schießen oder sowas. Okay, ab zum Trauer Pass. Okay, ich kann... Wir skillen, wir skillen ewig tauchen und so ein Shit brauche ich nicht. Was ist das da eigentlich? Dreifachsprung? Nicht ganz nice. Aber ich will das da. Achso, ich brauche drei Punkte dafür. Puder, das ist schon auch weit weg. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das kriege. Hat sich da links schon irgendwas gemacht? Ne, ich weiß immer noch nicht, was das da links sein soll. Also, ich weiß nicht, was das da links ist. Äh, wie komme ich da hoch überhaupt? Echt hier hoch oder wie? Oder muss ich da rein? Aber da komme ich doch noch gar nicht rein, oder? Gute Frage. Okay. Da sollte jetzt auch Wind sein, oder? Genau. Äh, warte, 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 warte. Kurz mal auffüllen. Brennt in die Köhle! Okay. Da komm ich ja immer noch nicht hoch, weil es da keinen Wind gibt, genau. Oh. Oh. Brennt auch in die Köhle. Zweichern. Okay. Das war's für heute. Was geht hier? Was geht da unten? 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 Was? Sieht irgendwie aus wie ein Organ von einem Menschen. Guck mal kurz, ob's was hier noch gibt. Hallo! Ich glaube, da wartet der Tod. Was geht da unten? Ich glaube schon. Okay, das war's ja. Upsali. Upsali. Achso, da ist kein Wind, kein Wind mehr deswegen. Ich dachte schon gerade heavy, du. Warte ich da runter. Was geht da unten? 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 Du bist so eine Fickfresse von Vieh, alter. Was geht da unten? Wer ist da unten? Ja. Um, ich sehe das so, dass ich mich da, ja. Lul. Was ist mein Geräusch? Sei es mir da ein Tito? Haha, du Hurtsohn Ähm, das war's hier, oder wie? Okay Ich bin da unten aber auch nicht durchgekommen Und da komm ich nicht durch Da komm ich auch nicht durch, oder wie? Heißt das, ich komm da gar nicht hin? Digger Habe ich was vergessen? Ich gehe immer noch davon aus, dass ich Einen Skill noch nicht wirklich gelernt habe, oder? Ah, okay Brenn die Hülle Brenn in Hülle Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch, mein Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere Bedeutung! Untertitelung des ZDF, 2020